Ich war der Meinung, dass ich die Angelegenheit überwinden könnte und die Juden auch ohne mich ihrem Schicksal nicht hätten entgehen können. Ich war innerlich nicht damit einverstanden. Ich muss eigentlich sagen, dass wir uns damals überhaupt keine Überlegungen gemacht haben. Später fand man, nachdem sich die Leute an das Blutbad gewöhnt hatten, genug Freiwillige. Es stimmt, dass es einzelne Kompanieangehörige gegeben hat, die von einer Art Blutrausch erfasst waren. Wir mussten die Drecksarbeit machen. Was machen wir bloß? Männer, Frauen, Kinder, alles umgelegt. Liebe Heidi, mache dir keine Gedanken darüber. Es muss sein. Wir haben eine Einstellung, die Freunde der Werbstecher hervor. Sie müssen die Überlegungen sein. Wir brauchen eine Wege, die Leute, die Leute errichtet haben. Wir müssen uns selbst schümmen. Wir machen die Frage, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute haben erlebt. Untertitelung des ZDF, 2020